Jetzt, wo die Boxkämpfe der Influencer immer näher rücken, werden wieder heftige Ansagen und Anspielungen veröffentlicht. Und einen trifft es ganz besonders. Alex hat im letzten Kampf gegen Diogo verloren. Doch diese Niederlage möchte er nicht hinnehmen. Einen Rückkampf fordert er und bekommt keine Antwort. Diogo ist lieber mit anderen Sachen beschäftigt. Doch nun gibt es eine Herausforderung, und das ausgerechnet mit Can Kaplan. Er glaubt, Alex wäre der richtige Boxpartner und will einen Kampf mit ihm. Doch er bekommt keine Antwort von Alex. Stattdessen macht er sich lustig über sein Körpergewicht und dass er kein ernstzunehmender Gegner sei. Da schaltet sich Valentina ein und provoziert nun, was das Zeug hält. Sie glaubt, dass Alex einfach nur Angst hat und dass ihr Boyfriend ihm überlegen ist. In einem fairen Boxkampf könnte er das unter Beweis stellen. Kommt mit irgendwelchen billigen Argumenten, die einfach sinnfrei sind, gelogen, erlogen, um einfach abzulenken von seiner Angst, die meiner Meinung nach hier an der ganzen Sache besteht. Weil Can will auf deinen Nacken hype. Also sorry, ich glaube, dieser Mann hat mehr Hype erlangt, als du in deinen ganzen TV-Auftritten. Bis jetzt sogar auch. Bis jetzt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020